Die Geschwindigkeit Bei der Geschwindigkeit gilt im Prinzip das gleiche Fazit, was wir für die Cybershot QX10 gezogen haben. Sofern das Kameramodul ohne Smartphone verwendet wird, bewegt sich die Arbeitsgeschwindigkeit in etwa auf dem Niveau einer Kompaktkamera. Die Auslöseverzögerung liegt bei kurzen 0,06 Sekunden, der Autofokus benötigt nur 0,30 Sekunden zum reinen Scharfstellen. Das erste Bild lässt sich zudem 3,95 Sekunden nach dem Start des Moduls festhalten. Muss zuerst die Verbindung zwischen dem Kameramodul und dem Smartphone hergestellt werden, vergeht ein deutlich längerer Zeitraum. Bis zur vollständigen Displayanzeige muss man sich hier 12,9 Sekunden gedulden, bis zur ersten Bildaufnahme vergehen 13,6 Sekunden. Per NFC lassen sich zwar noch ein paar Sekunden sparen, für Schnappschüsse reicht dies aber trotzdem bei weitem nicht. Serienbilder kann die QX100 überhaupt nicht aufnehmen. Die Arbeitsgeschwindigkeit ist somit sehr durchwachsen. Wie dkamera.de die Geschwindigkeit der Kamera testet, sehen Sie im Folgenden. dkamera.de testet die Geschwindigkeit der Digitalkameras in einem aufwändigen und technisch anspruchsvollen Verfahren. Der Testaufbau mit einem speziell für diesen Zweck geeigneten Geschwindigkeitsmessgerät verrät uns unter anderem die Bildfrequenz, die Auslöseverzögerung, die Fokussier- und Einschaltzeit. Die Ergebnisse der einzelnen Modelle finden Sie im Testbericht unter dem Reiter Geschwindigkeit.